Noch einmal Akolo, Tor! Jetzt noch Tschadrak Akolo! Und dieser Ball kommt an! Und er steht 3 zu 0! Doch Tschadrak Akolo! Die Entscheidung! Es ist Akolo! Und hier haben wir das fünfte Tor! 53. Minute, Sion führt wieder! Dann Lüschinger! Von Bergen verpasst hier! Das ist Akolo! Und Bogo noch einmal! Urbano! Schon der erste Fuss auf Carlitos! Wenn Sion den Ball mal hat, das wird aufgerückt! Das ist Schein-Offside! Akolo! 2-0! Das musste so kommen! Sauvic! Und dann Offside! Aber die Schiedsrichter gibt das Tor! Der Linienrichter hat dann seine Entscheidung zurückgenommen! Korrekt! Gleich noch einmal! Die Sion wird im Kraftraum mit Adão! Und wieder ist der Ball drin! Innerhalb kürzester Zeit! Man zieht sie zurück! In Richtung eigene Platzhälfte! Mittellinie! Und von dort aus! Und da ist wieder die Antwort! Das ist unglaublich! Von links nach rechts! Das ist der Trakakolo! Das ist der Trakakolo! Wieder ein Lampen! Akolo! Wegen Gérôme Thiessen! Das ist der Trakakolo! Das ist der Trakakolo! So was wie die tragische Figur! Mit zwei Lampenfüssen! Da ist er doch einmal! Akolo! Tor! Ausgleich! 2 zu 2! 93. Minute! Nach sechs Spielen! 13 Gegentore! Erst! Sieben Tore erzielt! Aber jetzt! Akolo! Flinke Mann! Konate! Guter Reflex! Nicht herauf! Nichts gelauf! Nichts gelauf! Fischki! Und auf der anderen Seite! Fane bleibt unten! Gekommen ist! Aber er wird natürlich nachsehen! Also Ende danach! Wieder verschwinden! Guter! Und Akolo! 34. Minute! Er gönnt seine starke Leistung! Er gönnt seine starke Leistung! Schatrack Akolo! Mit einem fünften Treffer! Für die neuen Burka! Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Im Vielen Dank. Vielen Dank.